Die vierte industrielle Revolution steht gerade erst am Anfang. Während wir bei der Digitalisierung im Bereich Cloud, PC und Internet schon sehr weit fortgeschritten sind, stehen wir beim Maschinenbau und der Automatisierung noch ganz am Anfang. Wir werden in Zukunft sehen, wie beispielsweise Positionen von Robotern automatisch nachjustiert werden können, wie Teile automatisch erkannt werden und viele Fehler, die aktuell noch von Menschen behoben werden müssen, in Zukunft automatisiert gelöst werden. Typischerweise ist es heute so, dass Roboterlösungen von Systemintegratoren vertrieben werden. Mit unserer Software ist es möglich, dass Endkunden selbst das Engineering übernehmen und so Kosteneinsparungen um bis zu 50 Prozent möglich sind. Die industrielle Revolution wird die Rolle des Menschen in der Produktion maßgeblich verändern. Gerade monotone und gefährliche Aufgaben werden in Zukunft von Robotern übernommen. Der Mensch wird vielmehr zum Roboterbediener und Programmierer, der verschiedene Robotersysteme überwacht, einstellt, justiert und besonders bei kognitiven und kreativen Aufgaben die Führungsrolle übernehmen wird. Auch 2019 werden Roboter noch Zeile für Zeile programmiert. Dies bedeutet intensive, kostenaufwendige Schulungen bei den jeweiligen Herstellern. Mit EugenBot wollen wir das radikal vereinfachen. So ist es möglich, dass ein einfacher Produktionsmitarbeiter in Zukunft Roboter genauso wie die andere Maschine bedient und die verschiedenen Typen von Robotern einheitlich benutzen kann. Das heißt, ein Umlernen zwischen diesen verschiedenen Marken ist in Zukunft nicht mehr notwendig.